Fotos in schwarz-weiß, Motive vielen noch aus eigenem Erleben wohl vertraut. Der Wismutbergbau im Ronneburger Revier und das, was nach 1990 mit ihm geschah. Das Museum Burgpasterstein zeigt in seiner ersten Sonderausstellung des Jahres Aufnahmen eines Fotografen, der bis 1998 nichts von all dem gewusst hat. Karl-Heinz Rothenberger aus Landshut. Fotografie ist für Karl-Heinz Rothenberger nie Broterwerb gewesen. Beruflich hat er sich schon früh anders entschieden. Sie stammen aus Landshut, studierten Medizin in München und Zürich und waren also in der Inneren Medizin und der Chirurgie und zum Schluss in der Urologie, wenn ich das richtig gelesen habe. Und waren dann Oberarzt und haben sich also auf wissenschaftliche Forschung und operative Techniken konzentriert und haben dann in ihrer Heimatstand in eine urologische Klinik gekannt. Ist soweit richtig? Genau. Das hat mich dann doch sehr gefreut, dass ich diesen Weg gewählt habe und nicht primär Berufsfotograf geworden bin. Nichts gegen Berufsfotografen, aber so Medizin und Urologie ist schon sehr spannend. Am Rande einer beruflichen Fachtagung in Gera hat Karl-Heinz Rothenberger 1998 erstmals vom Wismutbergbau erfahren. Ein Thema, das ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ich habe dann Gott sei Dank die Gelegenheit gehabt, jeweils kompetente Führer durchs Gelände zu kriegen, um mehr zu erfahren und auch mehr zu fotografieren, sodass ich, ich glaube, insgesamt so 15 Terminen bisher dort war. Für die Jahre jetzt. Genau, zuletzt im letzten Herbst. Die Fotos vom Ende der Wismut-Ära. Fotos, die ausschließlich auf althergebrachte Art entstanden sind. Mit der Leica M7 auf Schwarz-Weiß-Film. Selbstentwickelt im eigenen Labor. So, wie er das seit seinem 14. Lebensjahr macht. Ein Bub mit 14 Jahren bekommt von seinem Papa ein Fotoapparat geschenkt. So war es bei mir auch. Das fand ich ganz lustig und ganz schön. Und dann kam die Schule und dann gab es dann einen Fotokurs. Da habe ich dann das erste Mal eine Spiegelreflex und zwar eine VEB-Pentagon in der Hand gehabt. Und mit der, weil ich dann herrnach der zweite Kursleiter wurde, auch entsprechend arbeiten können. Und damit war Schwarz-Weiß klar, damit war Dunkelkammerarbeit klar und damit ist die Fotografie irgendwo, hat sich vertieft. Der Uranabbau in der SDAG Wismut. Aus heutiger Sicht vor allem für Einheimische ein dunkles Kapitel von Raubbau an Natur und Gesundheit, von atomarer Hochrüstung und Geheimniskrämerei. Karl-Heinz Rotenberger, der Auswärtige, hat da eine gelassenere Sicht auf die Dinge. Es ist ja ein faustisches Unternehmen, was da gemacht worden ist. Und alle faustischen Unternehmen haben zwei Seiten. Was Positives, was hier geschaffen wurde, was vielleicht auch, Sie haben es ja gesagt, die soziale Vergünstigungen für die Mitarbeiter dort waren. Und die andere Seite, Probleme mit der Gesundheit, herrnach Probleme, um das Ganze wieder aufzuräumen. Aber so ist es halt, wenn der Mensch irgendwo eingreift und es wird ja jetzt immer so viel geredet von der Natur und wird immer vergessen, dass der Mensch eigentlich Teil der Natur ist. Und wenn wir von Natur sprechen, dann dürfen wir die Menschen nicht vergessen. Und da muss man wohl auch zugeben, dass es nicht so sein kann, die Natur, als ob es keine Menschen gäbe. Sonst müsste man den Menschen abschaffen. Und das wollen wir ja nicht. Landschaft nach der Wismu, die aktuelle Sonderausstellung im Museum auf Burgpasterstein. Noch zu erleben bis zum 10. Mai, täglich außer Montags.